Hi, hier ist der Dodi von Jive. Wir spielen heute in Büchelberg. Das wird bestimmt abgefahren. Habt ihr euch schon getrunken? Ihr zu zweit? Ja, Respekt. Kein Opfer der Medien mehr? Nein. Du bist kein Opfer der Medien mehr? Nein. Nie und nimmer. Nie und nimmer. Dieter Bohlen ist aus deinem Hirn gestrichen ab jetzt? Ja, der ist schwul mit dem Edlock. Jetzt hast du nimmer lieb? Nein. Dann sagst du ihn. Dieter, ich liebe dich nicht mehr. Du hast zu mir gesagt, du liebst mich für immer. Ja, völlig. Und jetzt lasst du Schluss. Cut! Was findest du denn so geil? Weißt du, gute Musikspont? Weißt du überhaupt, dass geile Musikspont? Wer? Scheif. Was machen die? Geile Musikspont. Wer? Geile Musikspont, Scheif. Wann? Jetzt und immer auf jedem Volksfest. Was machen die? Geile Musikspont. Wer? Scheif. Bist du eigentlich bereit? Ich bin natürlich bereit. Geile Musikspont. Geile Musikspont. Eher geil oder eher schlecht? Eher geil. Wer? Scheife. Bist du eigentlich bereit? Ich bin natürlich bereit. Jawohl. Bist du bereit? Geile Ahnung. Du bist schön dann bereit zu. Drei, vier, fünf. Dein Fashion-Statement zum heutigen Tag? Ja, ich bin ein Jai-Fan. Ich bin zum dritten Mal da. Nein, nein. Wirklich? Wirklich. Wen liebst du? Im Florian. Hast du im Florian was zu sagen? Ja, ich liebe ihn überall und ich gebe ihn nicht mehr her. Du bist überall und ich gebe ihn nicht mehr her. Du bist überall und ich gebe ihn nicht mehr her. Du bist überall und ich gebe ihn nicht mehr her. Also, das Video ist hier aber nicht veröffentlicht da, oder? Nein, ich habe hier mit Essen versorgt. Ja, geil. Ja, gell. Haha. www.cheif-live.de Passt jetzt noch nicht. Habt ihr euch schon erkannt? Erkannt? Das sagt man so in der Bibel. Ich lese keine Bibel. Das ist Privatsphäre. Liebe Freunde, wir haben hier leider wieder jemanden, der die Bibel nicht lest. Touch the screen und save $5 for this little girl's soul. Zahlt für ihre Seele $5. Berührt den Bildschirm. Vielen Dank.